ja und willkommen mein name ist an ihrer lp und ich begrüße euch zurück zu let's play star wars von order mein gott jetzt den ja man ich kann schub einsetzen und da werde ich so weit von ausnutzen und erstmal alles erkunden wir gehen jetzt erstmal gucken war das hier noch zu geben weil er noch zu holen gibt weil noch zu erkunden gibt wir haben ein neues ziel das heißt kashik aber dahin müssen als nächstes weiß ich noch nicht ich will es auch nicht wissen ich würde gerne selber herausfinden und ja ich würde sagen wir klappern erst mal einige ort hier ab wahrscheinlich auf die ersten planeten damit ich sehen kann was ich noch so alles holen kann und ja dann gucken wir mal wie es weitergeht noch mal den dahin haben wir schon mal was gemacht gefunden ist erfahrungspunkte noch so holen damit ich vielleicht mal auflösen kann und so noch einmal schon zwei sachen sylvanisches einzelne sylvanisches eisen so mit dem schub kann ich jetzt sachen kaputt machen das ist auch schon mal sehr gut ne und ich kann auch diese kugel nicht gegen schleudern da kann man aber sehen wenn ich wenigstens ein lebensdingen genau bekommen wir dann wer zum beispiel nicht schlecht wie zukunft es würde mir etwas frust ersparen und ja wir müssen wir dadurch sehen im raum noch irgendwas wo ich hier raus gehe zum scannen oder so die w5 wird so erst einmal herunter du was macht den bächter platt dreck da war eine reichweite na super und sind erst mal erledigen aber das muss ich auch noch kaputt machen ich weiß jetzt wie ich die erledige ja danke ja danke ja super ist er verschwindet jetzt schon irgendwie jetzt wird ich mehr da beteilt ja und ja es geht wieder los weil man mich richtig an kurz immer der kampf geht irgendwie voll lange da kommt immer so ein zwei angriff verdächtig und ich bin weg hey du hast du hast gar keinen raum für irgendwelche fehler also gar kein aber können wir uns den vor wenn ja schon mal blöde deine dieser testwächter gegen den wir kämpfen müssen der ist nicht noch mal wie geschafft der ist nicht noch mal wieder gekommen aber eher der so ich meine macht wieder bekommen da jetzt noch mal einmal nur bis weg kommen da kommt und sagt weg das war jetzt du komm mal hier nein ich habe jetzt ehrlich gesagt nicht gedacht hat die irgendwie aus der bahn geraten können was reicht nicht wo dann weil sie nicht darunter waren es gibt eine menge wege und lang gehen kannst glaube ich da wird schon richtig sein ich da in der mitte wir sind noch irgendwo da geht da rein bitte okay okay es konnte ja nicht so einfach sein ich glaube ich brauche einen zweiten ball weil ich damit aktiviert das war gefühl und zweiten weil den ich da irgendwie reinpacken kann kommt stimmig wie daraus aber so hey ich hab so kaputt machen ich bin überhaupt da hoch und hey da ist aufgegangen da muss ein kletter action also wir kommen irgendwo hin ich habe irgendwas gehört heiduna da ist jetzt zweite bei dem ich gesucht habe ha 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 und ich gehe mal da hoch ich will ich erst mal dagegen hauen wenn das geht und haben wir noch mal so viele bälle zum spielen nein okay was hier nach du bist hier okay das ist der jetzt da rauskommt nein genau 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 perfekt war nämlich mit danke da warte man muss ich denn da durch ballern hast mich okay ja was war doch gott weißt du soweit für irgendwie so ein optionales regeln soll schon wieder ne ah ok ich sehe da unten weiter machen wir erst mal so gefühl ich komme da wahrscheinlich sowieso noch nicht allein war nicht der ball nun bin ich blöd war ehrlich war habe ich wieder im falschen ball herausgeballern da passiert schon wieder so was nein ich du nein ich du ja genau da wollte ich nicht nein ich du ja okay so geht es auch genau so hat statt geplant ne was habt ihr hingelacht nein genau ich doch jetzt ja volle möhre bevor ich hier wieder irgendwas mache und wenn du jetzt da runter purzeln ne da drinne und zwei oder das kann ich hier drin war immer vorher müsst ihr irgendwie so weit in real life bauen nein ein alter das kennst du wieder spiel das ist ja jetzt auch noch was ich dachte ich spiele star wars und nicht tomb raider da oben gehen kann wird er wahrscheinlich so sein dass ich einen von diesen bällen entfernen muss ich da weiterkommen außer ich krieg jetzt noch ein oder jetzt auch noch unter eine da komme ich gar nicht hin ich habe keinen ball mehr ich war noch ein ball wo kriege ich ein ball herr nämlich weil ich heute mal hier waren nur noch welche also hier sind ein raum aber den kriegt noch nicht da hin ich glaube ich muss einen von den wählen da entfernen um da weiter zu kommen welchen brauche ich denn nicht was brauchte ich denn bisher hier also ich nehme an ich muss jetzt nicht da hochklettern also entfernen wir mal den wir müssen jetzt überall durch die gegend erst mal ballern ja 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 okay da der von der omenge was okay ok ich verstehe gott ist überhaupt nicht nervig na was auch da ist wahrscheinlich sowieso nicht richtig was schon wieder komplizierter also dank jetzt nein fast hat funktioniert so pass auf ich weiß auch wie ob es schuldigung alter war richtig over kill gemacht mit den rätseln so war nicht richtig heißt okay verwandt mache ich das hier alles ist hoffentlich alles wert aber noch ein ball ja okay was habe ich gerade aktiviert will einer vielleicht mal erklären ich kann irgendwie nur nach kashi kordova sagt mir nicht da war der offizielle weg da draußen war schon wieder offiziell ja was ich mache ich dachte er war jetzt hier voll weil ich weit optional ist und ich kriege jetzt irgendwie hat voll geil ist aber noch eine wand wo ich irgendwie rumlaufen musste aber hier gehe ich jetzt aber nicht zurück in anderen tag nachgeholt ich kann noch nicht nach kashik ich glaube jetzt im ersten planeten kann ich dir jetzt darunter schmeißen ich will die sort von darunter schmeißen ja vor allem werde ich jetzt noch ein bisschen leveln hoffentlich im imperium den weg bereitet das bringt ihr noch nicht mal um habe ich wusste es da habe er verballert jedes mal denken sie aua mann warum stellen wir nicht dadurch ja ich brauche dafür glaube ich warum soll es gegen euch alle kämpfen aber ich habe ein seltsames gefühl wir treffen sich aber warum konzentration kommt ja nicht schon fast zu haus hatten eigenen kollegen von ihr erledigt wir mal aufzuschießen ok danke immer noch einer halter und auf der welt mich ja gleich treffen wenn ich mal kurz nicht hingucken nein das ist jetzt nicht wahr da war ich wusste hat er darf doch einfach nicht wahr sein hey es ist so billig dieses hp plus bringt mir doch gar nichts wenn du damit zwei schüssen hier weg halt beim da war ein speicherpunkt kommt schon die responde jetzt brauchen oder auch nicht das hat ja ganz langsame an habe ich beinahe nicht getroffen ich könnte meinen ich würde den vorteil kommen wenn ich irgendwie auf zehn kilometer höher ja angeschossen kommen wir aber nö was war die rakete ist nach oben gefahren das ist einer naja aber ich habe nicht sicher darum nein war das mich da runter witz mit meiner hand nicht warte du was darf ich auf level wenigstens auf level responding nicht ja ich habe mir gern das hier automatisch ab wenn er spende über seine wand lauffähigkeit bei uns war machst du in einem moment vor du einen angst wirst nachdem kaiser nicht schon geschwungen hat kann er seinen spezialen größer reichweite aus maximale macht jetzt ein mehr macht wenn er einen gegner besiegt hat einen blockierenden gegner regeneriert er ist auch nicht schlecht ich habe gerne das hier war näher hat ja mal heilung heilen ja ja heilung mal heilung wieder bekommen ja ich habe so eine kiste gesehen die monstern noch mal einen guten plan oder dass ich überhaupt hinkomme ja na auch hier da schaffen wir es dann zurück aufs schiff aber ich habe sorgt für wir sind irgendwie voll viele o gott hindern ist ja noch immer im weg und so langsam glaubt da ist kein falscher angebt was wir hier noch mal kurz da rein ich habe mich nicht mehr erinnern wir noch mal wach aber wenn er irgendwas zum schieben ist wenn er schon mal gut na okay hat schon immer wieder jetzt war oder war schon immer hier oder bin ich blöd kann ich hier rüber und wenn diese luft aus dem boden oh gott da gibt es noch heute bis zum schiff zurückkommen aber jemand da wird nicht so einfach nicht da kommen wir war noch ein typ wir machen jetzt so viele probleme vielleicht responde ja noch gar nicht wenn ich glück habe ich dann einfach ich habe gar nicht als zwei gedrückt schade was soll doch grad weiter ich will seltene artefakte hat hätte auch ich sagen können mit der keramik mit der zerbrochenen ja danke dass wir diese rutsche von mario 64 ja nun okay gott was mhm ja okay irgendwie am wert geschafft und da war wahrscheinlich sogar da machen mussten speichern ja ich dachte wir sind völlig auf dem planeten und wenn ich mir noch ein neues gebiet oder so sie geht nicht auf sie geht nicht auf nage abkürzung bei so ein schalter der dingen sie komisch aus wenn wir ja ja war nach und jetzt muss ich wieder jetzt schon gerne sehen wir da unten ist weder war nichts mehr da war ich nichts mehr ich jetzt hier wieder umsonst runter ja also mal noch mal aber ich schaffe da gibt es hier nicht mehr ich habe da irgendwie noch beim ersten mal also da diesmal schon mal da ohne glitsche oh gott geht dann allerdings nach rechts ok da ist ja überhaupt noch irgendwas dafür ist irgendwie gar nichts weil ich muss da zurück nach dingens ja so mein schiff kommt es nicht nur alles finde ja also du bist voll jubelt stark aber ist ja alles hier in diesem spiel nicht so stark jetzt auch nicht da wollte ich mal schub einsetzen und nicht funktioniert natürlich da 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 bist du bis jetzt tot mein reisen da war noch irgendwann am boden genau dann ist natürlich nachher war doch mal hier aber nicht ein lebens abwissen dann können sie mal eins von dem winken lassen wieder so offizier crane aber ich bin so kurz vor dem level ab man da habe ich nicht rüber glaube ich abkürzung vorgeschaltet da ich hätte gerne noch ein level ab aber jetzt mal richtig schön und weiß noch was aber das entgegner das wäre doch schon nochmal so uns heilen haben die kaputt wenn auf speichern ja ok das hat nicht gereicht ist klar immer kommt mit dem weg immer ist irgendwas neuer poncho mantel halten nehmen tun wir mal und nächstes mal wurde nächstes mal verkehrt sich da wahrscheinlich wieder wo der janet wird geil dafür ist wieder da geil aber bloß ich hatte ich noch mal ging ich kämpfe mal kämpfe immer mit raketen wir fangen die wenn ich keinen punkt erhalten haben wir schon mal hier sind weiß ja noch einer ist hat oder verschwendung alles nach plan gelaufen so leute mit raketen ja von hauen nicht andere leute na wo land ich jetzt bin ich da eingehen erwarte ich habe so ein verdacht tschüss tschüss kam ich von ihr gott wo bin ich hier holland ich ja wirst du hin hallo nein da wollte ich nicht machen ja ich wollte den an die sich an tschüss aber ich habe schon fertigkeitspunkt bekommene glaube ich von daher können wir den rest hier von in der nächsten folge würde ich sagen dann sage ich mal erst mal da wenn wir auf das ist optional wäre schon ganz schön krass ne gott sei dank habe ich noch ein fähigkeit punkt naja ich würde sagen macht du mal hören ja wird wird aber ich sagen in der nächsten folge da konnten wir die eis zu werden ja ein bisschen weiter und sehen wir was hier noch auf uns wartet in dem sinne sage ich dankeschön für zuschauen ich hoffe euch der bat qualmen ja hinter das doch bitte ein abo oder ein komplett das würde den kanal sehr weit helfen und ich sehe euch dann in der nächsten folge und